Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine sorgfältige und gründliche Zahnpflege zahlt sich aus. Das merkt man dann meistens nach dem Besuch beim Zahnarzt. Herr Baumann, was sind dann die häufigsten Probleme bei den Zähnen? Die am weitesten verbreitete Zahnkrankheit ist immer noch die Karies. Was ist das eigentlich genau, die Karies? Zucker und Speisreste verwandeln sich in Säurene und diese greifen der Zahnschmelz an. Der wird aufgeweicht, die Säure bricht ein und dann entstehen die berühmten Löcher. Wie ist es denn mit der Parathontose? Die Ursache der Parathontose ist hauptsächlich der bakterielle Zahnbelag, die sogenannte Plagg, die Entzündungen am Zahnfleisch und Knochen erzeugt. Und was ist jetzt das beste Mittel gegen die Zahnkrankheit? Die beste Prophylaxe ist immer noch eine optimale Mundhygiene. Also sorgfältiges Zähnputzen, wenn möglich nach jeder Mahlzeit. Und das auch nicht drum herum. Dankeschön, Herr Baumann. Bei GOP finden Sie jetzt natürlich eine ganze Reihe von bewährten Zahnpasten. Zum Beispiel L-Mex mit Aminflurid, die sich sekundenschnell mit dem Zahnschmelz verbindet und ihn dann wirksam gegen Karies schützt. Oder Mentat NC, sie entfernt Plagg besonders gründlich und hemmt anschliessend während Stunden ihre Neubildung. Oder Beldent Fluor für eine umfassende Pflege von Zähn und Zahnfleisch. Sie sehen, man kann einiges tun gegen Zahnprobleme. Und was für Zahnpasten bei GOP jetzt besonders günstig sind, das sehen Sie im Anschluss von dem Mittwochstudio. Eine ächte GOP-Leistung bietet Ihnen den Dekorama-Vorhang-Service in Ihrem GOP-Warenhaus. Die Dekorama-Kollektion umfasst eine grosse Auswahl an Dekorstoff und Zubehör für jedes Feister und für jede Vorhang-Idee. Das Dekorama-Fachpersonal schneidet Ihre Vorhänge fixfertig zu oder Sie bringen das Mass mit, wählen den Stoff aus und überlassen dann das Nähe der GOP-Fachberaterin. Und wenn Sie wollen, kommen unsere Fachleute auch zu Ihnen heim, beraten Sie und montieren dann gerade auch noch die fertigen Vorhänge. Ja, was wäre die Pfasnacht ohne die Pfasnachtsküchli? In gewissen Regionen, da sagt man auch Knieplätze oder Hasenöhrli. Auf jeden Fall sind jetzt die hochdünnen und zerbrechlichen Spezialitäten vom GOP-Konditor wieder in allen GOP-Läden erhältlich. Und jetzt schalten wir noch um in die Studienküche zum GOP-Rezept von dieser Woche. Guten Abend miteinander. Alivenka ist ein rumänisches Quark-Dessert, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Wir haben hier eine Massen vorbereitet aus Eier, Zucker, Halbrahm, Mehl, Maispulver und Quark. Wir geben greibende Mandeln dazu und Sultanine. Mischen gut und füllen dann die Massen in eine eingefettete Gratinform, die wir mit halbierten Öpfeln belegen, die fächerartig eingeschnitten sind. 20 bis 30 Minuten im mittelheissen Ofen backen. Den Quark-Dessert lassen abkühlen und mit Puderzucker bestreuen. Probieren Sie das Rezept einmal, es lohnt sich. Und es steht ja in der GOP-Zeitung. Einen guten. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Achten Sie aber bitte noch auf GOP-Angebote, um sparen. Sie wissen ja, es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienststück gibt es bei GOP zwei Becher Minerin, Planta Minusgalorie, statt 3,60 für nur 3,10. Zwei Becher Planta Margarine, statt 4,10 für nur 3,60. Zwei Paar Landjäger, statt 2,95 nur 2,20. Zweimal 80 Gramm Doppelrahmkäse, Gerber Gala, statt 3,20 jetzt nur 2,40. Zwei Tauben Zahnpasten, Signal Flur, statt 5,90 nur 4,80. Elmex Flur, statt 5,90 nur 4,90. Oder Beldent Flur, statt 3,40 nur 2,50. Und nur morgen, über morgen und am Samstag. Einen Butterzopf an 400 Gramm, statt 2,60 gibt es nur 2,10. Einen Sultaninen-Gauglopf, statt 2,60 gibt es nur 2,10. Sanguinellen Orangen aus Italien, 2 Kilo nur 2,20. Und 4 Kilo nur 4,20. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017